Jünger ist seine Reiterin. Das ist Naomi Himmelreich vom Pferdesportverein Gördorf. Das ist Naomi Himmelreich vom Pferde. Das ist Naomi Himmelreich vom Pferde. Ja, Naomi. Der Applaus des Publikums für deine Leistung im Parcours, sicherlich mehr als berechtigt. In deinen jungen Jahren hier schon solch einen Parcours zu reiten, das ist einfach toll. Hat uns auch sehr gut gefallen. Aber jetzt müssen wir doch ein bisschen kleinlich werden, weil wir haben vorher erklärt, wie der Parcours anzulegen ist. Dass gegrüßt werden muss bei G und dann in einer quasi Schlangenlinie der Parcours zu Beginn ist. Hier bist du irgendwie falsch informiert worden. Du hast also den Beginn des Parcours, den Anfang, wirklich nicht entsprechend der vorgegebenen Aufgabenstellung geritten. Das müssen wir berücksichtigen, sonst werden wir unfair gegenüber den anderen. Und daher heute eine 8,5. Und dann sehen wir die 9-jährige Hannoveraner Stute Carpani und Hanna Schreier vom Reitverein Zeven.